Hallo Youtube, ich habe mal wieder ein neues Video für euch und ja in diesem geht es überwiegend um ein Review zu einem iPhone 5 Case und ja es wird auch zugleich eins meiner ersten Videos für meine neue Kategorie, wo ich überwiegend oder nur iPhone 5 Zubehör, Hüllen, allgemein Sachen für das iPhone 5 Review bzw. euch etwas näher bringen und ja ich möchte euch heute dieses Case für das iPhone 5 vorstellen, welches ich mir in Amsterdam gekauft habe und dazu habe ich hier noch eine kleine Karte mitgebracht, der Shop hieß Uncoverlab, der Tattoo Shop for Objects und hier unten drunter habt ihr noch die Adresse, like us on facebook.com slash Uncoverlab und hier noch or home highfifers at Zijic, wie auch immer man das ausspricht, 80 Amsterdam, halt die Adresse und hier so sah der Shop von innen aus, also recht sauber. Ja da gab es halt verschiedene Hüllen, Cover bzw. für verschiedenste Smartphones, für das iPhone 4 zum Beispiel, dann wie gesagt für das 5er, dann für das H6C One, leider gab es auch nicht für alle Handys etwas, aber für die meisten und da gab es auch noch für das MacBook Pro, die Rückseite vom Bildschirm zum Beispiel konnte man sich auch erneuern mit anderen Mustern, Motiven drauf, die ja dann wie gesagt Zubehör hatten, die auch für das iPhone 5, wenn man ein anderes Backcover wollte, gab es das in Schwarz, ja Schwarz-Weiß natürlich, aber dort lag Orange, Blau und noch eine andere Farbe, also wie gesagt man konnte das auch in anderen Farben oder halt allgemein, wenn man ein neues wollte, erneuern. Ja, ich denke ich fange aber jetzt einfach mal mit dem Cover an. Es ist, das Grundmaterial ist Plastik, also der Grundrahmen sozusagen, dann hinten drauf haben wir eine Holzschicht, also echt Holz, kein Plastik, dann zeige ich euch das mal, also man sieht hier, wenn es scharf stellt, ja, man sieht hier die kleine Holzschicht, also die dann über dem Plastik aufgeklebt wurde, also sehr sauber auch, man sieht es, ist sehr sauber verarbeitet, und ja, das ist dann die, also es ist wirklich echtes Holz, dann an der Innenseite haben wir ja ein Lederaufkleber, wo ein Muster, hier oben ein Muster zu sehen ist, ich glaube ich zoome auch mal an, ja, da oben haben wir ein Muster, hier unten haben wir stehen, Joyroom Lettercase to be excellent life, Joyroom do for you, dann hier unten nochmal das Joyroom, der Name und dann nochmal hier ein Motiv, also ein Vogel, ja, und das ist auch schon die Innenseite, also sehr sauber verarbeitet und auch schön. Dann, wie gesagt, der, ähm, vor der Seite haben wir das schöne Holzmuster, was auch, man fühlt es wirklich, es ist nicht hochglanz lackiert, aber, ähm, ich habe mir auch Gedanken noch, man sieht das hier, da ist ein, näher dieser Knick, aber wie ihr gleich sehen werdet, ist das, ähm, ja, braucht man da nicht so große Bedenken haben, ich hatte die zuerst, aber im Nachhinein dann nicht mehr, gut, ähm, wie gesagt, man setzt es hier an, wie bei den meisten, und dann wird es einfach eingedrückt, man sollte halt hinten keine Schutzfolie drauf haben, sonst, ja, wird das etwas knapp, beziehungsweise umgreift nicht wirklich das iPhone, und ja, wie ihr sehen könnt, sitzt es wirklich bombenfest, und ja, ähm, ich denke, ich fange einfach auf der Rückseite an, hier seht ihr, ähm, dass das Licht, also beziehungsweise hier der Ausschnitt ist, aber ich glaube, für das iPhone 5 ist das nicht so geeignet, da oben etwas daran knapp werden könnte, aber es ist ja auch ein iPhone, also für das 5s soll es knapp werden, aber für das iPhone 5, äh, ja, ist es wirklich, wie gesagt, geeignet. Ja, dann auf der Oberseite haben wir den Ausschnitt für das, ähm, Sleep & Wake Button, also man kann ihn wirklich gut erreichen, auf der Unterseite haben wir den, die Kopfhörerbuchse, bzw. 3,5mm Anschluss, die Lautsprecher und der Lightning Anschluss, ist alles schön frei, an der Seite, ähm, also auf der einen haben wir den Ausschnitt für lauter, leiser und, ähm, Stummschalt auch schön frei, und auf der anderen Seite ist es schön zu, also, wirklich alles, was noch auch ist, gut erreichbar, und es liegt auch wirklich, kann man auch alles gut erreichen. Ja, ähm, gut, dann, äh, was wollte ich jetzt noch, genau. Also, es ist, ähm, an der Seite, ähm, Plastik, aber es ist nicht so ein glattes Plastik, wo einem das Handy aus der Hand rutschen könnte, also es ist wirklich griffig, auch die Rückseite macht einen, ähm, 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 also gibt guten Halt und hat es auch, fühlt sich auch sehr gut an. Ähm, das einzige Problem ist halt, dass es kein, ihr sehen könnt, Lay on the Table, wie man so sehr schön sagt, Design ist, also man sollte vorne eine Schutzfolie haben, wenn man das so auf den Tisch legen möchte, aber ansonsten, äh, sollte das kein Problem geben. Ja, und, das war's eigentlich auch schon wieder, zu meinem ersten, ähm, Review, zu einem, also wirklich Review zu einem, ähm, iPhone Case, 5 Case, und ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, oder auch Daumen nach unten, wie ganz leid, ähm, das Video favorisieren, ähm, teilen, was weiß ich, und mich auch Facebook bzw. Twitter besuchen, Links findet ihr alle unten in der Schreibung, auch den Link von dem, ähm, Shop, ähm, werde ich unten verlinken, und ja, für die, die es interessiert, ich hab da für die Hülle jetzt 20 Euro hingelegt, und ich fand das einen wirklich sehr guten Preis, man kriegt für 20 Euro weitaus schlechtere Hüllen, also finde ich jetzt, also die nicht so gut halten, und ja, ich bin wirklich zufrieden mit der Hülle, wenn ihr, wenn sie euch gefällt, könnt ihr mal in einem Shop vorbeischauen, die haben wirklich sehr schöne Motive auch so zum Zusammenschieben für, also wo man oben ein Stück hat und unten, und ja, ähm, ich fand den sehr schick, also den Laden allgemein und die Hülle, und hab mir gedacht, ich kaufe die, und ja, dachte auch, ich mache ein Review für euch, und bringe euch die Hülle etwas näher. Ja, ähm, und das war's eigentlich auch schon für, wie gesagt, jetzt wirklich für mein Video, und wenn's euch gefallen hat, könnt ihr ja, wie gesagt, das übliche, Daumen nach oben, nach unten, je nachdem, liken, und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.